Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Niko Doppenseiten geht's. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Zauberleien. Hallo, heute ist euch ein Kassentrick. Viel Spaß. Jetzt kann die Zuschauer sich eine Karte ziehen, wahllos, sagen wir mal diese hier. Jetzt hat die Zuschauer sich diese Karte entschieden, wie die Karo Pia. Die Karo Pia markiere ich jetzt mit einem Stück. So. Das könnte die Karte ja so leicht sein. Ne, das kann die ja gar nicht sein. Der hat ja keinen Stück. Das ist die auch gar nicht. Hm. Aber hier habe ich eine Karte drin. Der hat aber auch keinen Stück. Hm. Was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich ein Stück. Mal gucken. Das ist die Karte ich. Karo Pia. Ja, das ist die. Mal gucken. Wenn euch den Zauberleitag gefangen hat, lau' nach oben. Und denk dann, gegen die ich da, lau' dich ein Video nach oben. Tschö!